Ist der Euro kurz vor dem Crash, wie steht es um das Sorgenkind? Italien sind diese möglicherweise kurz vor der Pleite und der letzte Sargnagel für den Euro. Das sehen wir uns heute intensiver anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Video. Herzlich Willkommen jeden Freitag zur Faszination Freiheit. Und es passiert dort einiges da draußen. Wir sehen uns den wahren Zustand von Italien an, warum dieser gelindige Sarg nicht besonders rosig ist und was es für das Eurosystem bedeutet, was es für dein Geld und für dein Erspartes bedeutet. Ja, und was man jetzt tun sollte. Von dem mehr. Also, schauen wir uns das heute an und eine Frage vorweg. Würdest du deine Altersvorsorge in italienische Staatsanleihen geben, wo du im Prinzip kaum Verzinsung hältst? Ja, die sind übrigens aktuell noch mal leicht nach oben gegangen. Das ist immer ein schlechter Indikator. Das heißt, es wird allmählich eingepriesen, dass die Märkte auch Italien nicht mehr so trauen, warum die Zinssätze aber übrigens deutlich unter dem sind, wie sie eigentlich sein sollten. Das sehen wir uns heute auch genauer an. Ja, und wenn Italien pleite geht, dann haben wir alle ein Problem. Zumindest diejenigen, die sich irgendwo in der Eurozone befinden. Und das schauen wir uns mal genauer an. Es wird ja alles beschrieben, auch dort draußen in der Presse. Was passiert aber nicht? Was es bedeutet? Und das schauen wir uns ja mal an. Das ist ja jetzt einer der Artikel von der FAZ und zwar EZB erhöht Krisenprogramm PEP um 600 Milliarden Euro. Und da möchte ich ja mal ein paar Aussagen herausstellen und die schauen wir uns mal genauer an. Also hier, die Europäische Zentralbank stemmt sich mit noch mehr Geld gegen die Wirtschaftskrise. Also super, die Wirtschaftskrise wird richtig angegriffen, damit es diese nicht mehr gibt, wird also alles gemacht. Dann hier, der Artikel beginnt dann weiter. Die Europäische Zentralbank unterstützt die Wirtschaft der Währungsunion künftig noch umfangreicher. Also das heißt, es wird alles Menschenmögliche gemacht. Das haben wir auch, die Politik hat ja auch schon formuliert. Wir werden alles tun, um den Euro zu stützen. Was das alles bedeutet, das schauen wir uns heute noch mal genauer an. Und dann hier auch ein weiterer Satz, nämlich mit diesem ganzen Programm, den wir uns jetzt gleich nämlich im Detail anschauen. Nämlich auch, was passiert eigentlich mit diesem Geld? Und da steht hier weiter, ja, der wesentliche Anteil fließt in Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Währungsunion. Ja, also schauen wir uns mal an, was das genau bedeutet. Auch, was ist PEP eigentlich? Und auch das APP-Programm wird dort angedeutet. Was sind das für Programme? Also PEP, P-E-P-P, steht für Pandemic Emergency Purchase Program. Also heißt auf Deutsch so viel wie Pandemie, Notfalls Kaufprogramm. Das heißt, dort wird viel Geld reingepumpt. Also das waren erst mal 750 Milliarden und jetzt noch mal 600 Milliarden on top. Also 1,35 Billionen Euro. Bitte diese Zahl einmal merken. Ich sag schon mal weg, das ist ziemlich viel Geld. Sehr viel sogar. Und wofür wird es verwendet? Ja, es werden Mitgliedstaaten durchfinanziert. Die können sich nicht mehr normal refinanzieren, beziehungsweise nicht mehr zu attraktiven Zinssätzen. Und ja, deswegen wird das finanziert. Was das genau bedeutet, auch gleich noch mehr. Aber vorher noch auch das APP-Programm, das Asset Purchase Programm, was also viel bedeutet wie Anlagenkaufprogramm. Auch hier haben wir gesehen, das geht vor allem in Staatsanleihen. Auch in Unternehmensanleihen, aber vor allem in Staatsanleihen. So, jetzt die große Frage. Warum wird das Ganze gemacht? Warum kommt da eigentlich so eine EZB, so eine Notenbank und mischt sich in die Märkte ein? Denn das ist eigentlich nicht ihr Job. Und zwar ganz einfacher Grund, warum das sie es macht. Das System ist kollapsgefährdet. Und deswegen wird dort Geld gedruckt. Das ist genau das, was passiert. So, und jetzt schauen wir uns das aber mal an. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Was war denn überhaupt das Problem? Beispielsweise von Griechenland vorher. Und das ist ja immer noch das Problem. Das hat sich ja nicht gelöst. Das ist die ganze Verschuldung. Jetzt sind ja nicht auf einmal weg. Und was ist auch das große Problem von Italien? Ja, und zwar zu viele Staatsverschuldungen. Das heißt, die haben einfach deutlich mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen haben. So, und was wird jetzt gemacht? Also die Problemlösung jetzt sozusagen von der EZB ist, naja, wir packen da noch einfach einiges drauf. Und zwar das Ganze möglichst günstig, weil wenn wir dort auch mit als Käufer eintreten, dann senken wir die Zinssätze. Dann kann das System noch verlängert werden und kollabiert jetzt noch nicht. So, ist jetzt das Problem gelöst? Also sind die ganzen Verschuldungen auf einmal weg? Nein, die sind noch genauso da wie vorher. Plus noch mal deutlich höher und höher und höher. Das ist das, was aktuell gemacht wird. Die EZB weicht auch von ihren internen Schlüssel inzwischen ab. Zu Gunsten von Italien hat also auch die eigenen Regeln aufgeweicht. Und das sind genau diese Dinge, die aktuell im Hintergrund passieren. Die meisten Menschen sich noch gar nicht wirklich drüber Gedanken machen. Und das Eurosystem wird aufgeweicht. Also schmilzt sozusagen wie Butter in der Sonne. So kann man sich den Prozess des Euros mehr und mehr vorstellen. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Schauen wir uns mal an, was bedeuten diese Beträge eigentlich? Also eine Million können sich die meisten Menschen, denke ich, noch ziemlich gut vorstellen. So, gehen wir mal auf die nächste Stufe und zwar eine Milliarde. 1.000 mal eine Million, dann hat man Milliarden. Das war mal volkswirtschaftlich gesehen ziemlich viel Geld. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Inzwischen redet man vielfach da schon um Billionen, wie wir das hier ja auch tun. Und zwar dann hier, wenn wir jetzt noch mal von Milliarde auf Billionen nämlich gehen, jetzt kommt noch mal 1.000 mit dazu. Das heißt, eine Million mal eine Million, dann haben wir eine Billion. Jetzt mit diesen Programmen, PEP und APP wurden knapp 4 Billionen in die Märkte reingepumpt. Das heißt, mit diesem Geld hätte man 4 Millionen Millionäre schaffen können. Also wir hätten, theoretisch wenn es an Privatpersonen ginge, hätten wir 4 Millionen Millionäre damit finanzieren können. Das wäre so gesehen kein Problem gewesen. Ging aber an die jeweiligen Staaten. Warum? Weil die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, haben einfach deutlich mehr Ausgeben als eingenommen. Deswegen finanzieren wir einfach noch mehr Verschuldung, damit die noch weiterhin mehr ausgeben können, als sie einnehmen. Also das ist ja logisch. Also wenn du dir auch die Frage stellst, hey, also wenn das Problem zu viel Verschuldung ist und da wird einfach noch viel mehr Verschuldung draufgepackt, so, hä, ist das denn so sinnvoll? Diese Frage kann man so nicht beantworten, sondern es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Es ist verständlich, dass eine Notenbank das Ganze macht. Ob das jetzt so gut ist dort draußen, dass einfach zu viel Schulden und dass man über seine Verhältnisse erlebt, dass das auch noch belohnt wird, dass die auch noch weniger Zinsen zahlen müssen und einfach immer mehr Geld und mehr bekommen, das ist was anderes. Letztendlich die Notenbanken da draußen lassen sich ja pressen. Italien ist da auch durchaus geschickt und hat auch einiges als Anpressungspotenzial. Das sehen wir auch gleich jetzt nochmal in der nächsten Übersicht. Ja, und nämlich Target 2. Was passiert jetzt? Beispielsweise nur alleine das. Und auch das wurde gemacht, um das Ganze zu verlängern. Es wurde mit Target 2, das ist ein innereuropäisches Verrechnungssystem. Also was wurde hier gemacht? Und zwar hat Deutschland beispielsweise Maschinen an Italien geschickt. Italien hat einfach gesagt, ja, wir sind uns zurzeit ein bisschen knapp bei Kasse. Wir würden gerne anschreiben. Hat Deutschland gesagt, ja, kein Problem. Gebt uns einfach einen Zettel. Und deswegen haben wir in Target 2 ein ganz tolles Guthaben von einer Billion Euro fast. So, und damit haben wir über 400 Milliarden an Italien gegeben. Und wenn Italien jetzt raus ist, dann wird das Ganze ja ausgebucht, beziehungsweise wird dann wertlos. Ja, von dem her hat Italien einiges an Erpressungspotenzial. Jetzt, interessant ist das natürlich auch in dem Kontext, wie viel Geld ist das eigentlich wirklich? Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben ja vorher über einige Billionen gesprochen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was knapp 70 Millionen Menschen in Deutschland, die zahlen ja Steuern. Wenn die ein Jahr lang dafür arbeiten, also für den Bundeshaushalt, das was dann zur Verfügung steht und was dann ja ausgegeben wird. Das sind, wie wir hier sehen können, ca. 360 Milliarden Euro. Dafür müssen 70 Millionen Menschen ein Jahr lang in Deutschland arbeiten. So, und jetzt haben wir uns angeschaut. Wir haben schon über 400 Milliarden einfach mal so an Italien weggegeben. Und insgesamt dort knapp, schon fast den dreifachen Betrag von dem Bundeshaushalt dort weitergegeben. Das muss ich mir vorstellen über Target 2. Es ist ja nicht nur Italien, sondern da ist auch noch Spanien. Und da sind auch noch weitere Länder dort draußen. Uff, das ist erst mal etwas, was man verdauen muss. Denn es hat die Politik so weitergegeben und hat jetzt quasi in den Büchern drin. Ja, die werden das schon alles zurückzahlen. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Wird wahrscheinlich jetzt aktuell nicht so ganz einfach werden. Also das war jetzt schon in den rosigen Zeiten. Also wir hatten jetzt richtig gute Zeiten, die Jahre davor und auch Post-Corona. Und da wurde dieser Saldo ja richtig aufgebaut. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wie es die nächsten 1, 2, 3 Jahre auch weiter aussehen wird. Und wohin das diese Salden, wohin die Staatsverschuldungen in dieser Welt noch weitergehen würden. Denn die haben ja weniger Steuereinnahmen, aber gleichzeitig ja, deutlich mehr Ausgaben dort draußen auch mit dazu. Ja, also letztendlich Wertschöpfung und Produktivität kann nur durch die Wirtschaft erzielt werden. Die muss gefördert werden und auch nicht deindustrialisiert, wie das in Deutschland die letzten Jahre mehr und mehr gemacht wurde. Und das ist kritisch zu sehen. Sehr, sehr kritisch dort draußen. Auch dass man mal sieht, 360 Milliarden ist das, was Deutschland auf ein Jahr erarbeitet. Und dann wird ca. in diesem Rettungsprogramm, das ist knapp der 10-fache Wert davon, der einfach mal neu reingepumpt wird in die Märkte, damit dieses System, dieses kranke System, also dieses kranke Schuldensystem noch irgendwie weitergeht. Das heißt, diejenigen, die Schulden machen, die werden sogar noch dafür belohnt. Und diejenigen, die eben nicht so viel Schulden machen, ja, die müssen das Ganze letztendlich auch mitfinanzieren und mittragen. Ja, würdest du an Italien deine Altersvorsorge geben? Ja, vermutlich eher weniger. Also nach diesem Video vermutlich keinen einzigen Cent. Ja, aber die schlechte Nachricht, die Politiker haben die Entscheidung für dich im Prinzip bereits gefällt. Also in Form auch von Steuereinnahmen. Soll das Ganze finanziert werden, möglicherweise deutlich höheren Steuern oder zukünftigen Enteignungen, wie auch immer, dass das Ganze bezahlt werden muss. Dafür ist sicher. Und vielleicht bist du auch genau in italienischen Staatsanleihen fleißig investiert, beispielsweise über Lebensversicherung, über Betriebsrenten und über diverse Anlagen, die da bis dahin noch nicht geläufig waren. Also von dem her, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie da involviert bist und dass uns das alle hier beeinträchtigen wird, das ist gegeben. Und das sollte uns alles interessieren. Es ist skandalös im Prinzip, dass es nicht diskutiert wird. Dass es zwar die Meldungen dazu gibt, dass diese positiv dargestellt werden. Ja, stemmt sich für die Wirtschaft nahe, als ob das jetzt die Allheilslösung wäre, einfach aus dem Nichts heraus Milliarden und Billionen zu kreieren. Und das sollte uns allen bewusst sein. Denn den meisten Menschen wird dort Sand in die Augen gestreut und den meisten Menschen ist das nicht bewusst. Deswegen auch gerne teilen, liken, kommentieren von diesen Videos, dass mehr Menschen solche Dinge mitbekommen. Also, schauen wir uns das Fazit an. Italien ist im Prinzip Pleite. Ja, das Eurosystem ist auf der Intensivstation. Italien liegt bereits im Koma und es wird noch künstlich irgendwie, solange es geht, am Leben erhalten. Aber man weiß bereits, der Patient ist eigentlich tot. Das ist das, was hier gemacht wird. Es wird, so wie es nur irgendwie geht, so lange verlängert, irgendwie möglich. Die Politik weiß das. Auch die ganzen Notenbänker wissen das. Unsere Community weiß das. Nur die breite Masse weiß es noch nicht. Es gibt ihren zeitlichen Vorteil zu handeln. Das heißt, was ist die Lösung? Du musst dich mit solchen Inhalten beschäftigen. Hinterfrage. Glaube nicht alles dort draußen. Glaube auch mir kein Wort. Recherchiere selber. Mach dir selber deine Meinung. Aber es ist so ein wichtiges Thema. Also, wenn du einfach nur grundsätzlich irgendwo Erspartes auf der Seite hast, dann sollte dir dieses Thema wirklich sehr wichtig sein. Dann solltest du dich jetzt drum kümmern und nicht später irgendwann. Also, wir haben dazu übrigens auch ein Live-Programm. Da geben wir konkrete Geldanlage-Tipps und auch unser Klartext-Geld-Sicherheitsmodell an die Hand. Da kannst du dich unterhalb von diesem Video gerne eintragen. Da geben wir also eineinhalb Stunden lang richtig viel Tipps und Tricks und Content heraus, wie du dich auch aufstellen kannst in dieser Zeit. Also, schau dort gerne rein. Ansonsten, ja, teilen, liken, kommentieren. YouTube-Kanal abonnieren, ganz wichtiges Glockenzeichen, damit du die Benachrichtigung erhältst. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf dich. Dein Thorsten Wittmann.